Vom Döner, guten Abend, der Herr. Hallo? Du bist sehr leise, Bruder, warte. Ja, man hört dich, du musst näher ans Mikro. Ja, warte. Ist du besser? Jetzt ist es besser, ja. Meine Frage ist, was ist dein Lieblingstier? Das war irgendwie sehr süß, Bro. Mein Lieblingstier? Also das Erste, was mir so einfällt, ist ein Löwe, Digga. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe gar kein Lieblingstier. Und wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Lieblingstier? Ein Lieblingstier ist ein Pferd. Nice. Cool. Danke, dass du hier warst, Bro. Schönen Abend noch, Digga. Bis gleich. Bro, hat der das ernst gemeint? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Oh, Digga, ich fühle mich gerade voll schlecht. Habe ich den ausgelacht nicht, Chad, oder? Der fand es selber lustig. Der fand es selber lustig, oder? Ja. Doch, doch, doch. Es ist halt auch ein Black Club aus, das heißt, alle, die halt zuhören, hören uns halt auch zu. Also wenn die einen Stream laufen haben und Discord schon hören. Der arme... Ey, Bro. Wie hieß der Bruder nochmal? Pommdöner. Pommdöner. Bruder. Ich habe gelacht, weil die Situation allgemein lustig war gerade, okay? Das soll jetzt irgendwie kein Front oder so sein. Es war halt irgendwie lustig, Digga. Er kam rein. Er so, ja, meine Frage ist, was ist dein Lieblingstier? Ach, der hat mich doch selber verarscht, der hat doch... Von wem ist denn das Pferd das Lieblingstier, Chad? Erklärt mir das mal, hä? Aber doch, habe ich doch gleich gemerkt, dass der mich hier trollen will. Bitte. Oder wie. hör.